Hochwerner bringt uns ja einiges an Sonnenschein. Wie viel genau, das schauen wir uns gleich an. Erstmal gucken wir uns die Nacht an. Und da ist es ja vor allen Dingen im Norden, aber auch im Osten teilweise sternklar oder nur locker bewölkt. Im Südwesten dagegen, da sind mehr Wolken unterwegs, die teilweise auch Regen bringen können. Vor allen Dingen in der zweiten Nachthälfte bilden sich auch ein paar Nebelfelder aus. Die Temperaturen in der Nacht liegen dann zwischen 12 und minus 1 Grad. Ja und dann kommen wir auch schon zum Mittwoch, da ist ordentlich Sonne mit dabei. Hier sehen wir immer die Sonnenstunden, vor allen Dingen im Osten zwischen 7 und 9, aber auch sonst 5 bis zu 5 Sonnenstunden. Das ist schon eine ganze Menge, also es wird ein richtig schöner Tag. Erstmal gucken wir uns den Vormittag an. Da sind vor allen Dingen im Südwesten noch einige Nebelfelder mit dabei, die sich zum Nachmittag hin auflösen. Aber auch sonst ist es recht freundlich und meist auch noch trocken. Ja und dann zum Nachmittag hin, da gibt es noch mehr Sonnenschein, vor allen Dingen im Osten. Aber im Westen, da sind einige Meerwolken unterwegs, die auch teilweise einen Schauer mit sich bringen. Die Temperaturen am Mittwoch, die liegen dann zwischen 13 und 22 Grad, am Alpenrand sogar bis zu 23 Grad.